Börse DAX stagniert unter 16.000 Punkten Trotz starkem Rückenwind von den US-Börsen startet der Deutsche Leitindex am Montagmorgen nahezu unverändert in die neue Handelswoche. Deutlich aufwärts geht es für Aktien der Commerzbank, auch Papiere der Deutsche Bank legen zu. Nach der Rallye am Freitag hat sich der DAX zum Wochenstart stabil gezeigt. Schwache Daten zur Industrieproduktion im März hatten kaum Einfluss, da ein Produktionsrückgang erwartet worden war, wenn auch nicht ganz so kräftig wie gemeldet. Der Leitindex hielt sich im frühen Handel minimal im Plus bei 1,59673 Punkten, nachdem er am Freitag um knapp 1,5% gestiegen war und damit in der abgelaufenen Handelswoche letztlich moderat zugelegt hatte. Die 16.000 Punkte Marke blieb aber weiterhin eine Hürde, die nachhaltig nicht überwunden werden konnte. Der MDAX erholte sich dagegen stärker und gewann Montagmorgen 0,23% auf 27.684 Zähler. Der Eurozonenleitindex Jurostox 50 kam mit Plus 0,18% auf 4.348. Die 16.000 Punkte Marke blieb aber weiterhin eine Hürde, die nachhaltig nicht überwunden werden kann.